Das ist ja ein Zufall. Was denn? Mein Papa hat gestern eine Frau getroffen. Sie sah aus wie du. Also er dachte, dass du es bist. Und dann war er aber traurig, dass du es doch nicht bist. Haben Sie sich gefunden, ja? Er hat vorhin schon nach Ihnen gefragt. Ah, dann ist das ja gar kein Zufall. Doch, ähm, das ist ein Zufall, doch, ja. Weil, ähm, ich bin Autor und ich arbeite gerade beruflich. Also ich beschäftige mich beruflich mit Astrophysik, deswegen... Ach, Mensch. Mein Ex stand auch immer ganz zufällig vor meiner Tür. Oh, da muss man natürlich sehr aufpassen. Also, bist du jetzt Autor oder bist du ein Stalker? Was ist ein Stalker? Ich bin Autor. Wir gehen mal los, wir machen mal, tut mir leid. Komm, wir sagen jetzt mal Tschüss, ne? Hey, wenn ich dir wirklich helfen kann. Geben Sie ihm auf keinen Fall Ihre Adresse. Vielen Dank für den Tipp. Bitte. Ich bin Stella. Mädchen. Hi, Lena. Hi, Lena.